Vereiste Pisten und verschneite Pfade im winterlichen Hochsauerland machen dem Subaru XV bei der Tal auf und Abfahrt wenig aus. Mit seinem Allradantrieb meistert das Cross Vehicle, wofür die Buchstaben X und V stehen, selbst dieses frostige Terrain. Ein Urban Adventure verspricht Subaru mit dem Kompakt-SUV. Der XV verbindet die praktischen Züge eines SUV mit der Handlichkeit und Sicherheit, die auch für ein Fahren in der Stadt wichtige Elemente sind. Doch auch hier über Berge aus Schnee und Eis gibt sich der Subaru vor allem dynamisch und sicher. Wie alle Subaru mit Boxermotor verfügt auch der XV über den bewährten Allradantrieb. Der sorgt für überlegene Traktion und eine sichere Straßenlage unter allen Bedingungen. 32.580 Euro kostet dieser XV mit 2 Liter Benziner und 150 PS. Ab März ist der im trendigen Design mit fließenden Formen und eleganten Schwüngen gestylte XV in Deutschland erhältlich. Die Preise beginnen schon bei 21.600 Euro für den 1,6 Liter Benziner in der niedrigsten Ausstattungsstufe Active. Die Silhouette betont den geräumigen Fahrgastraum, während kreativ gestaltete Felgen und Anbauteile den Freizeitcharakter unterstreichen. Zwei Boxer Benziner mit 1,6 bzw. 2 Liter Hubraum stehen zur Auswahl. Diese leisten 114 und 150 PS und verfügen beide serienmäßig über Start-Stop-Automatik. Eine besonders kraftvolle und sparsame Alternative ist der 2 Liter Boxer Diesel mit 147 PS. In 9,3 Sekunden erledigt er den Spurt auf 100 und bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 198 kmh. Laut Angabe kommt er auf 100 Kilometern mit rund 5,6 Liter Diesel aus.